Hallo und herzlich willkommen in GTA 5 Online zu einem Tipp und Trick Video. Wie könnt ihr 800.000 GTA Dollar innerhalb kürzester Zeit verdienen? Dieses geht jetzt gerade, weil zwei Bonuszahlungen ganz gut kombiniert werden können. Und das möchte ich euch im Video einfach mal kurz erklären. Die erste Bonuszahlung ist eine Bonuszahlung fürs Einloggen. Das hat GTA oder Rockstar schon öfters mal angeboten. Ihr müsst euch nur im Monat April einmal einloggen in GTA 5 Online und bekommt dann innerhalb der nächsten 7 Tage 500.000 GTA Dollar auf euer Kontostand gutgeschrieben. Das wäre das erste, was wirklich sehr einfach ist und was man auch machen sollte. Die andere Bonuszahlung ist die Verdreifachung für die Preisgelder des Zeitrennens. Das heißt, wenn ihr eine Zeitrennen abschließt, könnt ihr 300.000 GTA Dollar bekommen. Und wenn ihr schon mal online seid durch den ersten Bonus, dann könnt ihr auch ganz einfach das Zeitrennen eben abschließen, weil es wirklich sehr einfach ist. Und wie das funktioniert, das zeige ich jetzt hier sofort. Kommen wir zum Zeitrennen beim Sägewerk. 2 Minuten 15 Vorgebetzeit. Und wenn man sich das Zeitrennen mal anzeigen lässt, dann denkt man, oh mein Gott, das ist eine richtig schwere Strecke. Aber wir werden den Streckenverlauf so natürlich wieder nicht fahren, weil das viel zu umständlich ist. Das ganz Gute ist, man könnte über die Schienen fahren. Das seht ihr gerade, wo ich lang gehe. Diese Schienen sind eine schöne, langgezogene Kurve, locker zu fahren und diesen Weg wollen wir nutzen. Und der streckende Verlauf dazu sieht wie folgt aus, dass wir am Anfang beim Sägewerk querfeldein durch die Bäume hier so fahren, um auf die Schienen zu gelangen. Da könnt ihr euch ruhig ein bisschen Zeit bei lassen, weil das ist ein schweres Stück. Ansonsten wird es ab jetzt wirklich sehr einfach sein. Wir müssen bloß noch den Schienenverlauf folgen. Das einzige große Problem, was passieren könnte, ist, wenn euch an einer ungünstigen Stelle der Zug entgegenfährt und ihr nicht ausweichen könnt. Hier im Tunnel gibt es genug Platz, aber hier auf der Brücke zum Beispiel wird das schon schwierig werden. Und dementsprechend kann man so das Zeitrennen eigentlich noch verlieren. Aber ansonsten ist die Strecke sehr einfach und wie ihr seht, kam mir der Zug ja auch entgegen. Da habe ich noch Glück gehabt, war kurz eng, aber ja, habe es ja soweit geschafft. Ja, nun für sich ist die Strecke nicht weiter schwierig. Es gibt noch so zwei Punkte, die können schwer sein. Einmal hier zurück auf die Straße zu finden. Man könnte auch stürzen und ich weiß auch nicht, warum ich da gesprungen bin. Irgendwie war auch egal, ist nichts passiert. Und dann müsst ihr nur noch diesem Straßenverlauf folgen. Es wird auch in der Minimap wieder die Route angezeigt. Also lasst die Route ruhig angepingt, dann findet ihr dann nachher ganz gut die Strecke oder die Straße zurück, wo ihr drauf fahren müsst. Und die nächste schwere Stelle, sage ich mal in Anführungsstrichen, ist dann hier noch in die Kieskuhle passend reinzufahren. Oder was es hier auch ist. Das war es dann schon. Die Flagge ist sehr früh sichtbar und kann man ganz gut reinfahren. Also wirklich ein sehr leichtes Zeitrennen. Und dementsprechend sollte man das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ganz leicht verdient das Geld. Noch mal 300.000 extra zu den 500.000 Einloggenbonus, den man ja wie gesagt erst sieben Tage später bekommt. Und macht 800.000 GTA-Dollar aus. Und das lohnt sich wohl. Teilnahme quasi fast Pflicht für jeden, der ein bisschen Geld braucht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.